Ich komme jedenfalls jeden Morgen zur Arbeit und freue mich, dass ich immer wieder was Neues dazu lerne. Jetzt gerade auch zu Corona-Zeiten, unsere Station wurde ja quasi verlegt, beziehungsweise zur Hälfte sogar aufgehoben. Und wir mussten auf der Präisolationsstation arbeiten. Und das war für mich jeden Tag eine neue Herausforderung, auch in neue Bereiche einfach wieder reinzugucken. Ich meine, ich arbeite jetzt seit neuneinhalb Jahren hier auf Station auf der Neurologie und durfte jetzt quasi einfach mal wieder was Neues erlernen. Und das war ganz spannend. Und das war ganz spannend.